So, äh, einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beemon, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play God of War. Also Leute, mal weiter an der Stelle. Wir haben jetzt endlich diese Seil befreit und müssten jetzt darüber in der Lage sein, die Spitze des Berges zu erklemmen. Ich wünschte Mutter wäre hier. Jo, probieren wir es einfach mal. Funktioniert! Wir haben die Kralle! So. Okay. Festhalten oder so wollt ihr euch nicht, ne? Äh, okay, ich probiere ein Wasser aus, Leute. Das könnte funktionieren. Es passt, das ist perfekt. Na dann. Es geht los. Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Nicht der Gipfel, aber näher dran. Das stimmt. Immer positiv bleiben und so, ne? Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Das war doch mal ein schöner Augenblick. Zurück. Was? Einfach mal an die Vorräume, mein Kleiner. Papa muss erst mal looten. Das war wirklich ein schöner Augenblick gerade gewesen. Das ist halt der Punkt, ne? Der Kleine, der hat halt wirklich noch so ein bisschen das Auge für das Schöne und so. Und ist halt auch wirklich super smart. Kapiert. Vorsichtig. Und das müsste eigentlich auch Kratos langsam mal ein bisschen checken, so. Oh, das war so. Das ist doch nicht so in Ruhe. Das hilft uns nicht. Wir sehen uns drüben. Ah. Das ist ja gemein gewesen. Alter. Geht das frei. Scheiße. Auch noch. Okay, hier können wir nicht lang. Okay. Na gut, dann muss man einfach weiterhaufen. So ist das, was ich sehe. Komm ich hier rüber? Ja. Ach komm schon. Nee halt, keine gute Idee. Warten. Oder kann ich jetzt? Ich weiß nicht, ob ich getroffen werde, wenn ich jetzt gehe. Jetzt schnell. Okay. Das ist mal eine fiese Falle gewesen. Abwehr 26, Abklingzeit 17. Okay. Na gut, dann ziehen wir es mal an. Wir haben da sogar einen Zauberplatz drin. Das ist cool. Ja, ich würde es gerne anziehen. Ja. Zauber können nur an angelegten Rüstungen und Talisman mit Zauberplätzen angebracht werden. Jo. Bis zu drei Zauberplätze sind möglich. So. Trinken wir es. Ja. So, gut. Also Zauber haben wir wirklich ziemlich viele mittlerweile. Die ist doch ganz geil. Ja. Okay, cool. Nice. Sieht man das auch optisch eigentlich? Ich weiß es nicht. Gerade nicht irgendwie. Nice, nice, nice. So. Das Leben. Das würde ich gerne mal noch mitnehmen. Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Hier irgendwo hatte ich es eigentlich noch leuchten gesehen. Ja, genau da seht ihr das. Dort. Gut. Okay. Der Aufzug ist offenbar der einzige Weg nach oben. Ja. Gut. Das ist ja mal ein super Aufzug. Oder auch nicht. Ist das immer zu schwer? Moment. Ich kümmere mich drum. Sir, wir bewegen uns. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See? Zur Weltenschlange? Zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Wow. Atreus. Alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Ich hab meine Angst gern wieder. Ich hab meine Angst gern wieder. Herzlichen Glückwunsch. Schuss. Schuss. Okay, er hat das Rage-Moment. Okay, Leute, jetzt geht's richtig ab hier. Wir stecken fest. Das hat super viel Spaß gemacht. Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Probieren wir es. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Reift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh, Mann. Ja, sei jetzt bereit. Die Antage ist super cool, Leute. Direkt hinter mir. Haha, der ist unten. Hey, du. Ach du Scheiße. Was ist das hier? Komm raus! Okay, wir sollen das Slanky töten, oder? Nein, wir sind weg! Oh! 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 Oh, ich bin Wasser! Oh, ich bin Wasser! Mit dem möchte ich Licht rauschen. Es macht so Bock, Leute. Es klemmt wieder. Ich weiß. Es macht einfach so Spaß. Der Wahnsinn. Sollten wir nicht weiter, wir könnten gleich zurück sein. Ja. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Das Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefüllt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Ich glaube, wir haben es leicht geschafft, Leute. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Ah! Ruhig dich, Hunde. Und bleib hinter mir. What the fuck? Bereit machen. Und das war's. Au. Okay. Okay. Okay, hier kann ich Schaden machen. Aber ja, auch an mir. Oh! Kann ich den blocken? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, okay. Das gibt's doch nicht. Was tust du da? Halt dich bereit. Das war heftig. Der sah ein bisschen aus wie Fufu. Oh nein! Jetzt sind die ganzen Lebenspunkte weg. Waren so viele auf dem Fahrstuhl. Scheiße! Halt! Wow, was war das? Das wird mich auch ganz so viel. Könnte eine Ektrasierwurzel sein. Sprengkristalle. Sie können die Harzhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie Sprengkristalle mittels elektrischer Energie kombinieren. Ach geil. Drücken Sie den Kreis, um Sprengkristalle aufzunehmen. Halten Sie L2 und drücken Sie dann R1 oder R2 zum Werfen. Ist das sein Harz? Kristallisiert. Und es wird Macht in sich. Wie cool. Unglaublich! Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezählt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Verstehe. Ja, das hat geknallt. Hörst du das? Da schreit irgendjemand. Hörst du das? Hörst du das? Hörst du das? Es ist Sendri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Hey Mistvieh! Hierher! So wie zum Thema warte auf mein Zeichen. Und dann geht's. Das tut auf jeden Fall weh. Warte mal, hier vorne. Okay, das kann ich auf den draufwerfen. Das hat irgendwie nix gepackt. Ach, muss ich den treffen, wenn der so unter Sturm ist, oder was? Moment. Manchmal blitzt der so. Gleich dann. Ja, 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 ja. Ich bin dabei. So. Jetzt schnell. Ah, das war zu spät. Komm, mach nochmal. Jetzt. Damn, Alter. Okay. Out in from timing. Damn. Ouch. What the fuck. Cool, jetzt kann ich blocken. Na du? Da guckst der, hä? Ich block das einfach. Äh. Okay, das war nicht so... Okay, jetzt kann ich draufhauen. Also wir können das nur machen, wenn der blitzt, diese Dinger werfen. Nur dann macht das Sinn. Jetzt, ja. Okay, weg, 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 weg. So, jetzt macht er wieder Blitze. Jetzt. Okay. Bam. So gut, und nochmal. Nein. Na, ich warte, ich warte, ich warte. Na, ich hätt werfen können, ne? Egal, wir warten, bis es nochmal macht. Jetzt. Und weg. Ich bin nicht auf Rage-Ready eigentlich. Na, ist ja wirklich. Ah. Fuck. Okay. Das kann ich blocken. Und drauf jetzt. Das kann ich nicht blocken Er macht wieder Glück Okay, das hat Nachwirkung So, naja, hat aufgehört Moment, da Jomo war, genau hier So, Achtung und jetzt ungefähr So, warten bis es weg ist So, warten und jetzt ungefähr Na mein Bruder, alles fit? Ein bisschen tut mir ja leid Ich habe eine Idee Mach dich bereit, auf mein Zeichen Den Kran herabzulassen Ich weiß doch gar nicht wie Das ist mir egal, sei bereit Ich ahne, was er vorhat, Leute Wer ne Okay, der Blitzt wieder Ja, Luis Ouch Jetzt! Wie der da stehen bleibt. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh. Danke. Oh, naja. Warte. Äh, ist das nicht... Ähm, habt ihr meinen Bruder gesehen? Ist das ein gealler Sack? Hm. Oh, und dass ich schrullig bin. Nein. Bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe. Nein. Den Zweck vorziehe. Dass ich hochnässig bin. Nein. Und verklemmt. Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr... Uh. Eine weiße Blume. Eine Blume mit weißen Blüten war das, Leute. Ich hab keine Zeit für sowas. Nein, nein. Warte, 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 warte. Ich hab ne bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Fuuuuh. Das war richtig krass gewesen. Ich warte mich grad, ob wir mit diesen grünen Pfeilen, ähm, diese Truhen, die so vom Gift umgeben waren. Ob wir die damit irgendwie rankommen. Ich brauche noch einen Zahn. Versprochen. Das wird euch gefallen. Yo, Leute. Das, äh, genauso würde mir gefallen, wenn ihr an den Daumen denkt und an die Bewertung. Und noch mehr würde mir gefallen, wenn wir uns nächste Folge dann wiedersehen, ne? Und dann gucken wir mal, was der mit dem Zahn macht. Also, bis dahin macht's gut, ne? Tschüssi.